Wann wird's denn endlich nachacht? Ich möchte nachacht. Es sollte noch so ein Bett geben, was die Nacht anmacht. Aber echt? Tagesbett. Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge Minecraft Aquarian Skies. Und der gute Kinzinkl ist auch dabei. Läuft zwar gerade eiskalt an mir vorbei, ohne euch Hallo zu sagen oder zu winken. Und wir versuchen jetzt hier einen Block of Gold in einen magischen Orb zu verwandeln. Und dafür machen wir folgendes. Erstmal versuchen wir hier hinten hinzukommen. Zack, machen die Tür auf, legen das Ding da rein, dann fliegt ein Creeper in die Luft. Hallo, ihr sollt hier hinkommen. Och, ihr Penner. Ja, läuft. Ah, da, Kohle. Haben wir hier einen extra Barrel für. Ähm, ich werde so ein bisschen Sachen scannen für Taumcraft. Okay. Und danach, wenn ich es noch schaffe, vielleicht noch was hervorschauen. Ich sterbe, wenn ich es schaffe. Und ich muss aufpassen, ich habe noch, ich habe keine Tinte mehr im Inventar. Ah, ganz schlecht. Ähm, Ink. Äh, was ist das denn? Tinkers Aloe, achso. Wie hieß das? Bottle? Oder Fial? Leider? Muss ich mir die jetzt mal herstellen. Komm her, komm. Komm her. Warum ballert ihr euch die Hegelseite ab? Macht halt so viel Spaß. Oh, anscheinend. Da ist noch Clay. Hui. Wir sind keine Bottles mehr. Da ist noch Ink. Sehr geil. Sehr geil. Komm, gut, gut, gut. Komm, schön her, komm. Ja, fein, fein. Ja. Gut. Was sind da noch so drin? Glas. Was ist das Clay da? Okay. Ein, zwei, drei. Say more hey. Ich hoffe, das sind die richtigen. Schön herkommen, Creeper. Schön herkommen. Da bin ich ja gleich drin. Dann kann ich auch hier. So. Hm, spannend, dass das hier klappt. Super. Oh, da ist gerade ein Ender teleportiert, glaube ich. Ich habe da was gehört. Ja, hier hinten. Ja, bei mir ist ein Ender in einer kleinen Mobfarm. Ne, bleib doch mal stehen. Jetzt ist er wieder weg. Wie klappt das hier nicht so, wie ich das möchte? Das ist doof. So, Kohle habe ich gescannt, ich versuche mal mit Flint. Ah, geht noch nicht, okay, dann gucke ich mal kurz in die Liste. Bedrock, ja, oder ein Bowl. Gut, dann mache ich mir halt... Ehm, ein Bowl. Kennen Sie das hier doof? Das funktioniert nicht. Ja, ich kenne das. Ich hatte das gleiche Problem mit dem Harvest-Teil. Das war auch nervenaufreibend, war das. Nervenaufreibend. Ja, Quatsch. Hab ich das... Ah, der Ender ist wieder irgendwo. Oh, hallo Ender. Gut. 1, 2, 3. Da haben wir Bowl. Da muss ich auch nochmal schauen, wie diese Rune of Capacity geht. Ja. Wacko euch. Sehr gut. Das kann auch da wieder rein. Das auch, das auch. Drei Full Hearts, okay. Werde ich mal konsumieren. 64 Leben. Müssen wir wieder Leben fahren, wir haben zu wenig. Ja, genau. Hätte gerne Nacht. Aqua und Terra, wieso? Ach so, die sollen es bohren. Aqua, Terra. Gut, jetzt habe ich... Was kriegt Victus? Jetzt brauche ich Granum. Das kriege ich durch Seeds. Da kann ich doch einfach hier scannen, oder? Ne, das da. Ne, das da. Ja. Und noch ein neues Research discovered. Sehr schön. Was haben wir denn da? Wo ist eigentlich mein Thermonomikon? Oh Mann, was ich mir hier am zurechtbasteln bin, ey. Darf eigentlich keiner sehen. Ich höre den Ender. Ah, ich sehe ihn. Auf der Karte zumindest. Der muss unten. Unten sein. Was kann denn nochmal weg? Das kann weg. Die Kohle wacke ich auch ins ME-System. Glas kann wieder weg. Das könnte so funktionieren. Wenn denn jetzt Nacht wacht. Jetzt müsste Flint funktionieren. Auch nicht. Also wenn Nacht wacht, bitte mal nicht in die Haier-Bubu gehen, ne? Ja, ist okay. Äh, Gras. Gehen wir uns an, auf. Gras. Oh, komplett leer. Fuck. Ja, sehr schön. Herber. Perfekt. Mmm, Anywood. Irgendein Holz. Gut. Mä, 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 mä. jana boot duty die Typhoon traktor brauche ich muss meine traktor kräft wie ging das da noch mal und traktor im tractor ach so okay Minecraft Version. Okay, einfach so. Ganz einfach. Ups. Wieder irgendwo ein Ender. Meckes? Kann sein. Hm, ne, ist irgendwie direkt bei dir. Es kann sein, dass er unter mir ist. Ich geh mal runter. Ja, also. Na, ich hab den, glaube ich, auch schon angehauen. Angehauen. Limestone will ich nicht kennen. Ich will die Traptors gern, genau. Motors. Sehr schön. Traptors wieder weg. Ah, da ist der. Die, 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 die. Metallum hab ich. Potion of Weakness gibt Mortus, Mortus und Precantatio. Ach, da. Ach, da. Mach ich lieber Victus und Perdizio zusammen. Victorious. Oh, wieder neun Honeycombs. Sehr schön. Mortus und Petitia. So, ich brauch' ich später nochmal. Du, 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 du. Muss man nochmal hier in meinen Bielenbeck gucken. Habe ich keine Common Bees mehr, natürlich. Oder? Winkel. Shizzled Sandstone. Oder Mosey Kabel. Machen wir uns halt ein Mosey Kabel. Da ist ein Hybrid. Da ist ein Hybrid. Ist hier auch noch irgendwo? Ich glaube, das war's da. So. Und Wasser? Ich hab' kein Wasser. So, dann machen wir da die Prinzessin rein und da die Biene so. Viel Spaß beim Bumsen. Hä? Ich bin die Biba-Bumsen-Biene. Oh, ja. Übrigens, äh, seit einer Woche gibt's Teil 6 der, äh, Ich bin eine Biene. Ja? Mhm. Muss ich mir angucken. Oh, da sind ja noch zwei Obsidian. Steht auch noch auf Obsidian. Ups. Tentrifügne. Und dann gehen wir nochmal zu den anderen Bienen gucken. Während Honig erzeugt wird. Oh, geil. Ich schläg mir Honig vom Stängel. So sweet. Okay, das war grad sehr seltsam. Du sagst, schläg mir den Honig vom Stängel. Stängel? Ich sag einfach nur So sweet. Mhm, ja, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Angenommen. Angenommen, ja. Yeah! Äh, wo ist denn der Mousy Cobblestone? Äh, was? Ist der nicht dabei? Und Biesen Trees. Ups. Mit. Koppel. Clem Rivat. Können wir machen. Clem Rivat. Ja, komm mal so. Und so. Ah, Fluid Transposer. Da lag ich doch sogar richtig. Clem Rivat. Mhm, 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 mhm. So, und wie geht's weiter? Hab ich jetzt irgendwas Neues freigeschaltet? Bei Bees and Trees aber jetzt nicht, ne? Doch. Breeding and Reproduction. Mhm. Oh, ich kann sogar noch Bee Automation. Ah, und das war's. Zack, zack. Möchtest du von mir eine Biene haben? Ich müsste zwei bekommen. Ja, gibt's noch. Forest Drain. Ja, gibt's noch. Alt, her damit. Weiß von nicht genau, was ich damit anfangen. Und ich hab eigentlich schon relativ viele davon, aber egal. Hm, du bist die schon am Produzieren, ne? Ja. Wir haben jetzt 67 Leben. Boah. Echt übel, echt übelst. Ja, super. So, wo haben wir denn der Fluid Transposer? Da ist er. Mh, Cuddle Stone. Ich glaube, unser Enderman ist ein Kellerkind. Ja. Sieht so aus. Wo ist mein Heimer? Alter, auf jeden. Auf jeden. Das ist mein Eimer. Weg. Ist ja im ME-System. Wann wird's denn endlich nach acht? Ich möchte nach acht. Es sollte noch so ein Bett geben, was die Nacht anmacht. Na, echt? Tagesbett. Ach, da ist ja sogar Waterpuckets drin. Dann nehm ich mir noch ein Waterpucket direkt. Oder zwei. Man gönnt sich ja sonst nichts. Kann ich denn mit nem Ritual Stone machen? Ritual Stone. Da ist er doch. Mh, use. Master Ritual Stone. Okay. Whatever. Oh, ich glaube, es wird dunkel. Es wird dunkel. Die Sonne geht unter. Juhu, juhu. Kinsey, ich brauch dich gleich hier. Äh, was denn? Du musst Blut opfern. Wir müssen ganz schnell Blut bekommen. Damit ich das Ding hier produzieren kann. Okay. You know what I mean? Aha. Ich muss das Ding auch mal noch füllen. Hä? Wie viel wird's noch meinen Daten? Das dauert voll lang, ist so ein Mosey Cobblestone zu machen. Oder werden die Sachen aus dem Fluid Transposer gleich irgendwo hin weitergeleitet? Ne, ne? Boah, du fragst mich Sachen. Da muss ich nachgucken. Aber eigentlich, ich seh kein Item Doct, was da wegführt. Dauert wohl einfach nur ein bisschen. Na, da kann ich nix drüber bauen. Ich hab da jetzt einen ganzen Eimer. Drei sind verschwunden. Drei Steine. Das verstehe ich. Schickt er die... Was? In den Squeezer? Ja, der hat ihn in den Squeezer gesteckt. Der Sack. So, das... Hallo, hier bin ich. Was? Oh, nix. Au. Ah, sehr gut. Prey Cantatio. Eines der wichtigsten... Ähm, ja. Essenzen. In Towncraft. Und was soll ich jetzt machen? Ähm, ich hab... Mosey, hab ich schon einen Chicken. Ich kann einen Chicken scannen. Ding! Volatus und Bestia. SoulSand. Haben wir irgendwo, bin ich mir ganz sicher. Ja, wir haben eine SoulSand Produktion. Du erinnerst dich? Stimmt. Aber wir haben auch noch, äh, aus alten Beständen welchen. Den nehm ich jetzt nämlich zum Scannen. Aber das geht nicht. Warum geht das nicht? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Was soll das? Hey. Ich hab's vergessen. Hey, Mops. Kommt mit. Was? Nicht in die Luft sprengen. Nicht in die Luft sprengen. Ich brauch ruhig doch. Bin einer noch mal. Ja, so ist gut. So ist es gut. Partizio. Ah. Ich glaub, das hab ich noch nicht. Oh, ich will Haste auf die Schuhe haben. Ich will, ich will, ich will. Mein Kind, sie hat mir immer nur, ich will. Ich möchte Victus und Partizio. Ja klar, ist ja logisch, dass das Mortus ergibt. Leben zerstören. Mortus. So, und jetzt müsste das mit dem Souls-Hand auch funktionieren. Hab ich denn zufällig dabei? Oh, es baunt viel zu wenig. Da oben echt noch mal umbauen. Wo ist mein Hammer? Hallo? Ach, den hab ich ja wieder ins ME-System gegeben. Ich tippe. Klaupper! Ist was anderes. Ich hab schon wieder keine Musik an. Ändern wir mal. Ändern wir mal. Wo wir gerade ein N da gekillt haben, ändern wir das mal. Doofkop. Ach, lass mich doch in Ruhe. Komm her, du wirst geopfert. Hä? Was ist das denn? Den Sound wollte ich nicht hören. Mein Intro-Sound. Musik. Musik. Musik? Musik. Zwei, drei, vier. Da, 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 da. Da, da, da. Ach, nö. Wo ist das denn? Musik. Musik. Aber das müsste doch reichen. Dann kommt da einer hin. Ach, nö. Da, äh. Da noch einen. Weg. Ach ja, nehmen wir das. Schön dunkel ist. Du auch. Oh, jetzt werden wir wahrscheinlich schon Monster spawnen. Hm, nö. Jep. Vielleicht funktioniert jetzt der Paper. Ja, Cognizio. Sehr schön. Muss man eben das... Ja, he said Cog. Hm, he, he. Ach, dann bin ich jetzt schon da. Dann kann ich jetzt auch Rotten Flash machen. Und Flint kann ich jetzt... Den Flint kann ich scannen. Hm, kann ich nicht. Erst Rotten Flash, dann geht's. Oh, Mann. Komm wieder ins Inventar. Los. Hier kann ein bisschen abwarten das neue Monster spawnen. Das da rein. Oh, ich muss was essen. Ich hab nichts zu essen. Doch da, Carrot Juice, alles gut. Ich bräuchte dich hier noch, bevor die Nacht rumgeht, ne? Ähm, ja, ich esse noch schnell was. Nur so als... Soll ich noch einen goldenen Apfel craften? Was kann der? Der heilt mich. Der hat auch Regeneration. Er hat mehr Blut. Ja, mach mal, mach mal. Okay, Gold. Haben wir denn noch irgendwo... Haben wir im Armee-System Gold? Das sind jetzt ja ganze Goldbarren. Gold... Äh, wie ganze Goldbarren? Natürlich sind ganze Goldbarren. Das ist ein halbes Goldbarren. Früher waren es noch Nuggets. Früher. Damals die gute alte Zeit. Wer bleibt da drin? Hm, 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 hm. Äh, sch... Das muss doch noch gehen. Warte. Noch gerade ein bisschen Holz. Ich muss mal was umbauen. Ganz schnell. Damit die hier nicht mehr durch... Busch... Kommen. Äh... Äh... Dann noch was so... So... Oh... So, und zwar folgendes. Äh, ich gebe dir jetzt mal hier den Opfer... Orb. Hier. Weißt du, wie du den benutzt? Nee, hab ich noch nicht gemacht. Das ist quasi einfach... Äh, ja, bleibst am besten... Genau da, wo du stehst, stehen. Nimm dir mal auf. Geh mal die Stufe runter. Ach, da ist er ja. Oder hast du Invert? Anne. Und dann machst du quasi Rechtsklick vor diesem Ding hier. Und dann verlierst du jeweils ein Herz. Nee, nicht auf das Ding, sondern über diesem Ding. Äh, nochmal Rechtsklick auf, dann nehme ich ihn mal so wieder. So, und wenn du da drüber... Dann opferst du ein Herz. Hör auf, hör auf, der ist schon voll. Hör auf. Und, äh, wir brauchen halt... Da sind jetzt 10.000 drin und wir brauchen 25.000. Das heißt, während dem Craften leert sich das Ding da. Und, äh, ich werde dann mit Mobs killen das Ganze auffüllen. Und wenn du dein Leben leer hast, schmeißt du mir das Ding am besten hin, damit ich mein Leben opfern kann. Okay? Mhm. Gut, ich, äh, mach mal gerade da unten die Tür auf. Dann kommen nämlich die Mobs raus. So, die ist auf. Dann lege ich das Teil hier jetzt rein. Und werde Mobs töten. Wenn sie hier hinkommen, die Deppen. Wo sehe ich denn das? Du musst aufpassen, dass das Teil nicht leer wird. Soll ich jetzt? Wenn das Blutpegel sinkt, dann musst du opfern. Ach so. Okay, ich fang mal an. Okay, der hat's nicht, das hierhin gepackt. Und wenn du keine Energie mehr hast, dann gibst du mir schnell. Ich erst mal schnell den Apfel. Und dann opfern. Ah, ist leer. Was? Ist leer. So schnell geht das? Yep. Aber das tut mir leid. Ah, doof gelaufen. Jetzt ist gleich wieder Tag. Wird jetzt auch wieder Tag. Ah, tut mir leid. Ja, aber du hast jetzt einen Apfel gegessen. Ja. Ja, das geht aber auch zu dem. Ja. Ein Opfer weiter und dann wir auf mir hin. Verschuldigung. Ja, musst du schon haben. Ich kann nur langsam opfern. Ich lass jetzt voll werden. Und wenn du wieder leer bist, dann kann es sein, dass ich wieder ein bisschen was hab. Zack. Ja, komm. Und dann noch ein Herz. Schon wieder leer. Oh, dann bringt dieser Apfel aber nicht viel. Nee, das geht zu langsam. Also er wirkt aber noch. Der wirkt jetzt noch eine Minute zwölf. Hm. Naja. Dann muss ich mir da irgendwas anderes reinfahren lassen. Das geht aber auch nicht. Das wird nicht funktionieren so. Das muss so funktionieren. Das ist die einzige Art, wie es gehen kann. Ich hab keine Ahnung, wie du das bewerkstelligen willst. Ja, ich auch noch nicht. Naja, egal. Wir müssen jetzt eh aufhören. Dann kann ich mich da auch noch ein bisschen schlau machen. Dann hab ich jetzt diese Folge noch gescannt. Und ja, dann schaue ich einfach mal weiter, dass ich das da irgendwie gebacken bekomme. Aber wird schon schief gehen. Ja. Würde schon mal aufhören. Kurz noch den Jetpack aufladen. Zack, die Wummer. Fertig. Was passiert, wenn ich einen Reward-Back scanne? Und dann sagt er mir, das geht nicht. Ja, dann sag ich mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und schaut auch morgen wieder rein. Wir würden uns freuen. In diesem Sinne. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi.